Hallo Leute! Halloooooo! Eeeh... Hau rein! Jo! Was für... Äh... So... Meine ruckelt's grad... Komischerweise... Ihr wohl sollt auch was sagen, ne? Ja, und ich bin im Spinnen-Netz. Und ich hab weder vergessen, dass ich jetzt wohl so drauf dran hab. Im Spinnen-Netz. 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 Spinnen-Netz! 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 Wieso leck das jetzt auf einmal so? Warte mal... Video-Settings? Da-ja-da-da-da-da-da-da-da-da... Ich mach mal auf normale Scheiß drauf. In welche Richtung bin ich eigentlich noch nicht gegangen? Weil ich muss Kisten suchen. Ja, such mal keine Ahnung. Ich falle mal runter, was ist da denn? Mhm... Das war auch Magisten. Ich hab dir daher... Oh mein Gott, schlecht. Was los, was los, was los, was los, was los... Ich hab grad... Oh, fuck! Lava! Oh, fuck! Ich falle... Ah! Wieso leck das jetzt auf einmal grad ging's perfekt? Wann mal? Der sagt nicht, dass... Liegt an Windows... ...Media Player... ...was eigentlich gar nix sieht. Du sollst auch reden... ...Pusht-O-Talk und so... ...Pusht-O-Talk und so... ...Pusht-O-Talk und so... Boah! Ich drück Shift geh schon so außerhalb des Blocks... ...dann lass ich Shift los, boah, wenn ich bin... Mhm... Hat du sowas im Inventar? Nö... Gut... Doch, mein Brain... Welches Brain? Einfach say my dear. Obwohl, das ist eigentlich klar. Und ich bin tot. Das soll ich selber machen. 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 Das soll ich mir nicht. Ich bin schon Enderman. Hallo Enderman. Oh. Geh aber auch auf Tech-Shot-Pick. Warte mal Mach ichais auch so. Äh... Wolken Aus. Geh bewegung an. Passt schon. fuck, Alter, ich fehle, Gott oh, Bücherregal so, wieder da oh, ich sag aber ich will jetzt nochmal pushen Tor und so oh, Alter hilft dir durch das Zimmer oh, muss Wässer einbringen cool story ich lebe nur noch ich falle, ich falle fuck ich glaub, dass Let's Play besteht nur sterben hm, halb schon wieder ich hab ein Holzer tja boah, wieso leckt das denn bei mir warte, mach sooo jetzt läuft's besser äh, der Schei so, bei mir läuft grad im Hintergrund Solderboy fuck, Nigga du, 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 du oh, shit man also ich hab jetzt erstmal ein bisschen Schnee da bin ich besser drin ich nehme mal die Goldschaufel dafür ne pfff ach, wir haben noch Schnee ah, ja, ja da bräuch ich mal weiter aus oh, ja, ich bin auch schlau du kannst auch reden, immer noch ja, ich kann auch Busch Talk vergessen ja, du kannst auch mal nicht vergessen ok geht das dann kann das sein, nicht vergessen irgendwie reden wir wenig halloo, Leute reden, 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 reden da war dann noch was zum abholzen äh das ist meine Meinung dazu das komisch ist, wenn ich hier oben an einer Plattform bin leckst es nicht so sehr ich mach erstmal die Musik dabei an beim Farmen und so du kannst auch nicht vergessen immer noch ja, ich hab die ganze Zeit geredet so, aber früchte Torfanzo Milch ein Diamanthelm wo setzt den erschaffen Creeper erschaffen Zombie-Schwein wofür braucht man eigentlich die ganzen erschaffen Sachen das ist doch unnötig, wer will denn schon einen Creeper bei sich haben? Schwarzpulver vielleicht wer will denn schon ein Zombie-Schwein bei sich haben? aber hier ist es gut erschaffe Schwein jetzt haben wir ein Schwein wie, jetzt läuft es jetzt runter, ich kill das ja, wir haben jetzt ein Schwein es ist runtergefallen wie behindert ist es? ja, ich hoffe ich auch ja, aber das ist keine KI keine was? KI ist, dass die Monster und so eigentlich halt nicht so ab ab so klippen abspringen weißt du? runterfallen das die halt bisschen Brain haben aber das Schwein hat anscheinend kein Brain no Brain so kannst du auch reden wenn man in das Ender-Portal geht wo kommt man eigentlich hin? hab wieder vergessen so, weißt du posto talk zum End ja, wo ist man dann? was für eine Umgebung? das ist über Endermänner und Enderdrache und das wird hart wenn wir Kürbis haben, können wir Kürbis aufsetzen und dann können die Endermänner uns nichts tun und der Enderdrache der müssen wir halt killen was kommt dann? kommt dann irgendwie ein Abspann oder so? ja, am Ende kommt ein Abspann ja eh nicht doch kommt die geschicht, dass man irgendwie auf eine einsame Insel gestrandet ist scheiß was eh nicht doch in ja, mach halt End guck mal nach soll ich meine Spyder ähm hier so spawnen? Ocelos ey, wir haben zwei Spawn Ocelos kann man irgendwo Fische holen? pfff ey, kann man sogar wenn man eine Angel hat und dann muss man so einen Teich bauen und du kannst auch reden ich komm nicht mal äh port mich mal zu dir ja, ich red die ganze Zeit tö 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 aber erst mal ein Helm neben und die Schuhe auch halt hier doch auf lol ey, geil du bist so nice, man und oh, 35 stone oh, 35 stone das ist nice oh, wir haben übern Stacks boah erst mal sortieren hier, so ja du bist hier der Sortierer, Mann weißt du was wir machen könnten? hm ja, ich hab einen Mund drin zum Sortieren ähm wir könnten hier mal Bäume bauen, damit wir genug Holz haben, weißt du? ja mach halt haben wir Knochen? bekommt man Knochen von irgendwo? Skelette ja, soll ich Skelette suchen? äh, wir haben, äh, wir haben Eier zum Skelett zu spawnen haha, ja wir haben ein Ei für spawnen Skeletten aber dafür zwei Eier für andere Zwecke aber ja, ich auch um Kinder zu spawnen aber wir brauchen ein Schwert dafür Kinder zu spawnen ach ja, oben ist ein Skelett haha hallo wo bist du eigentlich? Sachen farmen ok runterfallen, sterben wieder spawnen ja, darf ich darf ich die goldene Schaufel nehmen zum Schneefahren für was brauchen wir sonst? Schaufel äh, um rumzuschaufeln ok, ich nehm die jojo scheiße geht das schnell boah, die geht richtig schnell kaputt so, die ist jetzt schon kaputt dein Ernst? äh, Gold halt, ne? Gold geht richtig schnell kaputt ich hab voll wenig nur bekommen acht Stück das tut n die die wir gedacht noch ich mach den Ruh ich werfe ihn zurück ins Watt ja du kannst auch ähm mitten im Satz aufhören halt push-and-talk zu drücken ich kann alles Musco's Playlist leisamer ich kann auch ja ja red doch mal erstmal zu Ende bevor du die Taste drückst ich kann all ich muss erst mal Play ist neu anmach ich würde mhm fort mich mal zurück negativ ganz auch selber warte warte noch nicht noch nicht noch nicht vor hatte ich auch nicht vor oh shit was runtergefallen ich bin sogar runtergefallen aber ich hab noch ein Herz soll ich dich porten nö ok ich hab noch ne Kiste da baue ich mich eben rund da baue ich mich eben rund ja und her ja dann mach auch satt zu Ende so und herr ich will aber auch heil die kiste ist eh schon leer fertig mit dir nicht leer ist dann lach ich weil die ich hab rohnfisch wird direkt an unserer base ist ich hab rohnfisch heute rum nice ich bin selber nicht auf der base ja ich bin nicht tot fach du bist jetzt ja tot ja kennst du respawn ja respawn ja schon wieder tot oh man boah boah jetzt legt's aber moment moment